hallo und willkommen zu einer weiteren folge von remote ihr wollt mehr sehen und mehr zu lesblazer passen dann abonniert meinen kanal wir gucken mal wenn haben wir hier auch quest führbar wird mal hier gleich mit dem dubi vielleicht ist da was dabei nein brauche ich nicht was wollte ich jetzt schon wieder gucken ich hab's vergessen so ne miste meditiert ja macht die dinge kein dach genau das war's wo ich gucken wollte warum ist da kein dach ach so weil die tüte nicht drin ist deswegen endlich benutzt du mal das teleskop cool typi endlich schon gedacht da gibt gar nichts mehr so arbeiten schön nimmt eine üppige mahlzeit danach machst du die hier wo ist die hier da ok auch interessant kannst du hier den raum mal fertig machen das ist jetzt deine arbeit erstmal der hat hier zu tun und wenn es hier die funkanlage das kriegen wir schon hin und schon das auch machen oh ja das machst du sobald du hier fertig bist das fehlen eh bloß nur die zwei sachen gut dann holt ihr das orbitale funkfeuer so eine lagerzone erweitern mal so händler exotische güter machen hier die zwei zonen mal weg lagerzone erweitern ach so da ist immer noch eine zwischendrin lagerzone funktioniert jetzt da auch noch mal haben wir jetzt wirklich alle ja passt da kommt angepasst oder vollgas gibt ihm james du bist schon ein sozialer mensch wie man sieht sprich mal hier mit dem händler exotischer und dann kannst du hier die werkbänke ne hier unten sehr gut frag mal an was geht was hat er denn britisch repetierer den braucht man nicht das vertrauens fähigkeit ihre anlocken was wirst riesen flachbild fernseher passt schon ansonsten passt alles ja nimm das mal schnappt sich eine jamja mahlzeit und danach willst du pennen schnappt sich eine jamja mahlzeit schnappt sich eine jamja mahlzeit schnappt sich eine jamja mahlzeit waffenhändler auch gut auch gut wo muss ich jetzt holen die ist ja es ist okay da haben wir die lange baustelle hier endlich auch mal abgepacken sind die powers top lauer mit dem waffenhändler noch ja wir haben jetzt einen tisch schön waffenhändler kraftschwung und stahl kann ich zellen her machen working bench was gibst du mir ab was haben wir denn tolles das ist die power armor das was mein typi auch hat die nehmen wir uns die können wir uns mal richtig hart das ist die am 60 das ist die svd plasma cells sind die für scattergun plasma beam rifle machine gun ammo pkmsvd lmg präzisionsgewehr m60 machine gun britische he rifle ammo revolver ammo heavy machine gun ammo heavy turret gun machine gun ammo nehmen wir auch noch mit charge cell ion impulsgewehr ach so die haben wir nur doch charge cell ion gut was haben wir los dann braucht er wieder gold minus was hatten wir 3.000 glaubt die darfst du anziehen es geht jetzt noch alles fix rein typi muss tragen hilft nix ich hoffe das ist jetzt dann besser nein nicht reinigen tragen das sieht doch viel besser aus viel viel besser dieGirl-Le vaya ist nicht gleich der der w w w w w w we Nein, verdammt. Seltenes Rumbos. Seltenes Rumbos. Sehr gut. Machen wir hier Arsch. Lass die Phoenix-Richtung in Ruhe. Lass die Phoenix-Richtung in Ruhe haben. 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 Pkm. Lass die Phoenix-Richtung in Ruhe haben. Also nochmal. Hebe auf 2. Lass die Phoenix-Richtung in Ruhe haben. Lass die Phoenix-Richtung in Ruhe haben. Die Phoenix-Richtung in Ruhe haben. rpd haben wir sie doch tv was machst du trägt silber ins inventar gut dann kannst du hier aufheben das ist jetzt die munition wieder dafür wie laut Weil du so fleißig bist, darfst du natürlich hier hoch. Darfst du erst mal den Mörser hier runterbringen. James, was machst denn du? Kannst du das? Ja, dann mach das doch. Ist einfach nur, dass es jetzt steht. Da bist du ja. Top. Da bist du am Tragen, das lobe ich mir. Hier, dann machen wir wieder Betonboden. Böden, der normale aus Beton. 1, 2, 3, 4, 1, 8, 12, auf 4. Oh nö. Oh. Oh, 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 oh. Hey. Ach du. Eieieieiei. Puh, na Gott sei Dank haben wir hier top Rüstung. Boah. Oh, wow, 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 wow. Ja, Prügelei. Ui, 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 ui. Was hast du jetzt schon wieder eingeladen? Hat ja nicht zu viel ein. Ja, ich weiß, Meditationsfokus nicht. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ein Sklavenhändler wäre mal wieder cool. Auch wenn er so stark Mangel hat an Erscheinung. Aber gut. Kochgelegenheit braucht man nicht, solange wir hier noch was drin haben. Wird nicht gekocht. Wir haben andere Probleme. Eieiei, dieses blöde trockene Gewitter und dass das Zeug brennt eh. Das macht mich schon wieder hier ganz wahnsinnig. So kann man natürlich auch aufmachen. Was haben wir hier? Wie kann eine Stahlwand brennen eh? Check ich nicht. Eh. Das kann doch tödlich enden hier. Blödes Feuer. Feuer. Solange ein Blitzsturm kommt. Oh je. Oh Gott sei Dank. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt irgendwas furchtbares. Ich habe aber keine Zeit dafür. Wo ist das denn? Ja, genau. Sonst klappt es noch, oder? Von hier nach da. Nö, von hier nach da oben. Nö, du lass mal. Ich werde nicht aufgepasst hier. Feuer. Feuer. Was ist da oben aus? Scheiße, Charles. Ich spiel zeisen, Charles. Ja. Ja. Ich spiel das, created and Advanced- ganzen- die Salv Hey, da drin fackelt es auch, Mensch. Ja, das Feierchen ist da aus, das ist gut, dass es keinen Nährstoff mehr hat. Wo ist es denn jetzt? Hier unten. Was macht er? Der will essen und du machst bis jetzt nix. Dann geh mal Feuer löschen. Wie der bloß hinterher sein kann, eh. Es ist jetzt endlich mal vorbei. Ja, hört sich mal gut an. Es hört sich mal gut an bis jetzt. Ja, du musst mal nachhelfen. Sehr gut. Warum ist denn der so gut drauf hier? Ach so, immer noch. Äh, 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 was hast du da? Ankampfgenauigkeit 0,2. Wie viel wiegt das Ding eigentlich? 80 Kilo. Oh, nein, Mann. Lass die Rüstung in Ruhe. Die Rüstung ist leicht und mega geil. Ah, wieder so viel Zeit verschwendet, ey. Mann, Mann, Mann. Das darfst du nicht überall Dach. Tatsächlich das Dach. Na, bravo. Tatsächlich. Soweit so gut. Kann man noch anfangen, hier zuzumachen. Überall. Müssen alles verengen, hier den Boden hinhauen, dass das dann wird. Naja, die ganzen Sachen hier wegklatschen. Ich hab da keinen Bock, dass ich das alles abreißen muss und dann wieder teuer aufbauen. Weil ich hab keine Steinblöcke. Und ich will auch keine herstellen. Aber das sagt mir ihm einfach. Er soll jetzt hier mal anfangen, die Dinger aufzubauen. Nein, du meditierst nicht. Darf hier die Wände hinhauen. Eins nach dem anderen. Schöne Sache. Da haben wir da auch wieder zu. Gut. Schokolade. Hä? Das muss man nicht verstehen. Das psychische Bromann. Da unten mal die Wände hin. Schock, ich kann da nur weg. Oder es ist einfach jemand. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kriegen wir eine Batterie und fertig. So, das Holzzeug brauche ich nicht mehr. Hier sind es noch vier. Das passt da unten dann auch. Sehr, sehr gut. Und dann kannst du dir anfangen, hier den Boden zu bauen. Errichte Dach. Wir brauchen hier kein Dach. Wir brauchen hier kein Dach. Ja, gut. Danach darfst du hier unten weitermachen. Metal Trader. Du wirst auch neu installern. Hier. Strom reicht es trotzdem. Ja. Ah. Verdammt. Das ist der falsche Boden. Ah. Das ist der falsche Boden, ey. Machen wir hier erst mal. Boden, 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 Boden. Hier. Dann sind es die Fliesen aus Metall. Meine Güte. Das und dann. Ich brauche hier kein Dach. Mh. Mh. Kein Dach. Ich brauche hier kein Dach, ey. Gut. Dann können wir hier wieder eins mehr dazustellen. Dann nehmen wir das nächste. Dann nehme ich es lieber von hier unten. Neu installern. Gut. Das hier noch. Dann holst du mir hier die Solar. Oh. Wo sind die? Okay. 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 Ähm. Zeit ist eh rum. Bevor ich hier weiterklicke. Na toll. Bevor ich hier weitermache. Hau ich hier einfach mal den Break rein, ne? Oh. Muss man nicht verstehen. Aber okay. Ich hoffe, wir kriegen das im Griff. Und vor allem, wo sie rauskommen und was. Bleibt alles in der nächsten Folge. Ich sage immer danke für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus. recurzern. Mrs. Mas können wir uns. Based沒關係 vor Hmm. Da gehtub. Das ist alles. Alles ist es ist.